Hier einmal ein kleines Beispiel für eine reale Verbrauchsfahrt, einmal im Elektromodus und einmal im Benzinmodus bei genau 100 Stundenkilometer und einer halbwegs flachen Strecke. Wie man jetzt hier ganz gut erkennen kann, fährt das Auto relativ ruhig. Es geht immer leicht die Hügel hoch oder runter, naja Hügel, was man eben so als Hügel bezeichnet auf der Autobahn. Ansonsten verbraucht das Auto so zwischen 13 und 14,5, 15 Kilowatt auf 100 Kilometer. Also das ist eigentlich ganz gut, wie man auch hier im Durchschnittsverbrauch von 14,2 Kilowatt auf 100 Kilometer sieht, ganz links. Also das ist, was man eigentlich erreichen kann. Mehr geht leider nicht oder beziehungsweise weniger wird man kaum erreichen mit diesem Auto. Und wenn man natürlich schneller fährt, geht auch der Verbrauch relativ sehr schnell weit hoch. Aber so mit 100 kmh kommt man eigentlich ganz gut weit. Hier sind also wirklich die 45 bis 50 Kilometer durchaus realistisch. Aber natürlich auch das Wetter spielt eine Rolle. Das heißt, sobald es regnet, hat man auch einen höheren Verbrauch. Oder wenn es auch entsprechend kälter ist, durch die Heizung geht auch der Verbrauch gleich ziemlich stark nach oben. Aber das war es jetzt erst einmal. Jetzt geht es mal mit Benzin weiter. Der reale Verbrauch entsprechend sieht man jetzt hier ganz gut. Er schwankt zwischen 3,9 und 4, irgendwas Liter mit 100 kmh wieder. Also das ist eigentlich für so ein schweres, großes Auto ein durchaus ganz guter Wert. Aber natürlich muss man bedenken, nur bei 100 kmh fällt man entsprechend schneller, geht auch der Verbrauch sehr schnell nach oben. Tja, das war jetzt schon mal mein kleines Video. Vielen Dank fürs Zusehen und auf Wiedersehen. Zusehen und auf Wiedersehen.